Du willst besser werden? Ich kann nicht bauen, Mann! Digger, du bist daneben gesprungen! Creator Code Marcel Scorpion mit zwei I. Bedoppelten IQ. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, ihr seht schon hier, Yu-Gi-Oh! Episode ist am Start. Holt euch diese schöne Pyramide hier an und da hört man schon die Editsplakes und zwar vom natürlich besten Editor Deutschlands und zwar Anton. Wie geht's, Digga? Alles klar? Was geht ab, Leute? Ich bin jetzt auch eigentlich mit zwei Battles am Start. Ja, Mann! Let's go! Oh! Ich wollte zwar nochmal zu editieren am Ende, aber okay, Digga. Komm, wir gehen in die Arena. Heute 1-on-1 mit Bound, Freunde. Das ist mal was ganz Neues. Also kurz zu meiner Verteidigung, Freunde. Ich habe die Steuerung umgestellt. Also ich habe das Editieren auf L3, Automatisprinten und den rechten Paddler. Also drei Faktoren umgestellt, deswegen mein Erdnuss-Köppchen kommt noch nicht ganz mit. Ja, außerdem, Leute, ihr wisst ja, wir sind jetzt nicht so die kranksten 1-on-1-Try-Hards in Fortnite. Also Try-Hards sind wir schon, aber wir sind nicht wie bei COD-Try-Hards. Warte, wir haben einen Schluck Wasser hier. Okay, wir machen, was machen wir für eine Regelung, Digga? Kann man doch nicht dagegen springen? Man kann Punkte zählen, guck hier. Oha! Digga, wer ruft mich jetzt an? Ja, ich habe das auch, das habe ich auch letztes Mal kaputt gemacht. Aber hier hat das ja ganz cool gemacht, hier kann man so einen Counter einschalten. Siehst du, wenn du 2-0 führst, dann macht man... Ah, nice, guter Counter, Mann. Machen wir, wer zuerst 5 Kills hat, erstmal. Jo, das passt doch, oder? Okay, gut, alles klar. Komm her, bist du ready? Jo. Ja, ich rein, ich rein. Okay. Ah, Digga. Oh mein Gott, ich habe noch nie so getrapt. Nein! Ja, ich habe dich getrapt, Digga. Ja, du hast mir aber nur 31er gegeben. Ja, du hast aber kein Full Life gehabt, ne? Wie kein Full Life? Ich habe dir 160 Damage gegeben, Digga. Laut meiner Anzeige. Okay, warte, ready? Ich habe gerade so gechockt, Digga, sofort. Wenn man aufnimmt, wird direkt gechockt. Das ist so krank. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt habe ich Harry Potter. Nein, ich wollte auch keine Pyramide machen. Das mit den Pyramiden habe ich noch gar nicht raus, ne? Oh Gott. Digga, wir bauen halt nur, Digga. Oh! Nein, Digga! Digga, du baust halt nur wie so eine Schildkröte. Ja, lass mich doch. Du musst auch mal irgendwann zurückschießen, Mann. Boah, habe ich dir den Highlands schnell abgenommen, gerade? Oh Gott. Du bist ja auch tatsächlich, Digga, dass ich hier runter bin. Ups. Okay. Ich bin ein bisschen runtergefallen, Digga. Nee. Such nicht, Digga. Ich muss hier so... Ich kann eh nicht so gut bauen wie du, Digga. Also, du bist schon besser am Bauern. Deswegen muss ich jetzt hier so ein paar Spielchen machen. Oh, da. Okay. Ah, was ist, ey? Da war das Aim nicht so gut, ich glaube. Die sind Elders gesehen, Digga. Da war ja auch vom anderen Stern. Oh! Echt, ich mache so kranke, Digga. Ich habe so... Ich... Ich... Ich verdrück mich so heftig mit meiner Steuerung, ne? Ich rede nicht mehr mit dir. Spaß. So. Digga! Ey, ich komme gar nicht zurecht mit diesem Paddle, Digga, Mann. Oh mein Gott, habe ich gechokt, Digga. Ich habe so gechokt. Ich habe halt einfach gar keinen Aim in Fortnite irgendwie. Das ist das Problem. Ich kann auch nicht L2, L2. Ich kann das einfach nicht. Ich weiß nicht, wieso. L2, L2? Ich habe das noch nie gemacht, ne? Irgendwas was? Ja, schon. Digga, wieso schießt du mich an? Ey, ich wollte es kurz testen. Aha. Aha, Digga. Okay, ready? Ja, let's go. Ab wann darf ich schießen, theoretisch? Mann, ey, du machst diese Pyramide hier zwar. Das war keine Pyramide, Digga. Ja, ich weiß, aber... Digga, ich baue so viel besser als du, das hier wirklich absolut krank. Ja, Bro, ich kann nicht so gut bauen. Dein Aim ist halt einfach viel besser. Das ist wirklich ja... Na, hurry. Wie geht's? Ey, Mann. Mann, ich spiele wie ein Bot, Marcel, gegen dich. Okay, Digga. Für mich ist es gerade so Übung auch, weißt du? Ja, ist doch gut. Es geht doch hier um nichts, Digga. Mein Gott, es ist doch nicht wie bei COD, Digga. Nö. Ihr seid dorst! What? What? Leute, Antons... Wir müssen Antons beruhigen, Digga. Das ist doch hier absolut, Digga. Ja, okay, 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 okay. Digga, es ist alles gut, Mann. Jetzt nehme ich dich auseinander, ja. Okay, Digga. Ich bin bereit, Digga. Ja, mach. Let's go. Okay. Oh mein Gott, ich habe schon wieder so gechokt. Das würde mir nie passieren, auf Aufnahme. Ach, Digga, was mache ich eigentlich, Marcel? Ich bin ein Bot in deiner View. Harry Potter, du bist. Oh, ich bin schon besser geworden. Ich bin schon besser geworden. Das habe ich jetzt gerade in der Situation gemerkt, Alter. Ich will nicht pushen, aber das war für mein Verhältnis gar nicht so bad. Ich mache gar nichts, Digga. Ich brauche nur Treppen und drehe mich um. Gott sei Dank sieht man das nicht aus seiner View. Okay, Leute. Gestern kam auch ein Fortnite-Video bei Anton auf dem Kanal BarcaPlays. Spaß, Leute. Auf jeden Fall mal abchecken. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung natürlich drin. Okay, ready. Und... Okay, komm. Oh nein, jetzt hast du eine Chance, Digga. Jetzt habe ich komplett gechokt. Ach, du heilige Scheiße. Ja, jetzt habe ich gechokt. Oh, fuck. Ich bin auch runtergesprungen. Du hast mir 140 Damage gegeben, Digga. Du hast mich komplett gelasert. Ja, ja, ich weiß. Aber... Oh, shit. Digga, er baut nicht. Jetzt muss uns L2 helfen, Freunde. Jetzt muss uns L2 helfen. Nein, Digga. Ja, das war ja... Ich habe halt komplett gechokt. Ich habe am Anfang halt Harry Potter direkt. Uuuuuh. Nein. Man, ich schenke dir den High Ground. Und... Jetzt habe ich gerade wie eine Oma gebaut. Ja, das ist nochmal gesaved. Ach komm, was mache ich, Digga? Ich wollte bauen, Mann. Ich... Ich... Ich habe so einen Selbsthass auf mich. Dude, chill doch mal. Ich schmeiß dir. Nein, Harry Potter ist da, Digga. Die Musik... Nein! Okay, Digga, das war's. Nein! Boah, Digga. Ah, ich habe nicht mehr auf die Shotgun das geschafft. Boah, Digga, die ist... Am Anfang hin tun. Durch die Waffen switchen, Digga. Das wäre mir auch Katastrophe, Alter. Wirklich. Nee, 1-0 für dich, Digga. Das ist... Das Skill... Äh... Reichste... ...1-0-1 der Welt, Alter. Aber wenn ich diesen 1 einfach eine Wand abgekleidet, der nachgefeiert, Digga. Nein, Digga, warte. Was machst du, Digga? Okay, ja. Auf, du willst, wenn ich los... Mann, jedes Mal mache ich das falsch. Dich warst du eigentlich ganz gut gekontakt mit der Pyramide. Oh, Gott. Einmal ein-törteln, einmal noch... Wow, was war das, Digga? Das war... Das habe ich auch noch nicht gesehen, Digga. Du replayst nicht den Boden, sondern machst einfach eine Wand. Nein, oh, der war ein guter Shot. Wer weiß, was ich denn so lustig finde, Digga? Wie war das denn gelaufen? Digga, ich finde es so lustig. Wir haben auch einfach keine Alternativen, was wir machen, Digga. Also, das heißt, wir machen immer den exakt selben Feind, Digga. Ja, ich weiß doch gar nicht, was man sonst machen kann. Ich kann auch nichts sagen. Aber egal, außer, nein, schieß. Boah, Digga, 105er Hit waren. Das habe ich irgendwie nur so schlecht. Ja, das hat es... Da hat mich der Hit einfach von vorher gesafet. Wolltest du da editieren, Digga? Boah, Digga, ich hätte nicht sogar... Hätte ich den Hit gehabt, mit der Schalten hätte ich mich sogar noch geholt. Ja, ich hatte keine Money mehr, mein MP-Mann, das hat mich zugeworfen. Okay, dieser Kampf jetzt entscheidet, wer von uns beiden der bessere Spieler ist im Fortnite. Auf alle Ewigkeiten. Dieser Fight entscheidet auch, wer der bessere Call of Duty ist. Ist auch so, der bessere Mensch ist. Nein. Oh mein Gott. Oh ja, ich habe die Pyramide gehittet. Endlich, Alter. Nein. Nein, Digga. Das hast du mich über die Luft getroffen, was mit der Shotgun, Digga. Du bist einfach der beste Spieler, Digga. Man kann nichts gegen sagen, Mann. Ja, Digga, das ist einfach so, ne? Ich weiß nicht, wenn ich den Code Anton war es eigentlich, den es nicht gibt. Okay, Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Anton ist der bessere Fortnite-Spieler. Es ist auf jeden Fall safe, Leute. Das könnt ihr sicherlich auch in unserem Video von gestern sehen, wo ich dann auch dabei war. Freunde, lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo da. Gebt meinen Creator-Code auch gerne mal ein. Würde ich mich freuen. Und ja, haut rein. Und ciao, ciao. Dialog. Ja, haut rein. Auswege em. Und ja, haut rein. Vielen Dank.